kommt mir das nur so vor oder ist das so dass man aus den ganz normalen eichenbäumen oder was das sind mehr setzlinge rauskriegt wie von von birken beispielsweise es kommt mir zumindest immer so vor ist dem dennoch so weiß dass einer von euch wieder so die tendenz ist mehr weniger gleich viel das kommt mir vor als wäre es definitiv mehr setzlinge und dann setze ich hier noch einen hier sollte genug platz sein dann mal jetzt mal einen schönen screenshot von denen von der terrasse die hier so war so wunderbar angefangen haben einstellungen zack 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 na und zack voll gut voll gut da kommen die ganzen setzlinge nehme ich auch noch mit kann ja alles in der truhe packen ist ja alles halb so schlimm wenn sie hier rumliegen ich vergesse immer dass ich da jetzt noch eine neue truhe gebaut habe für mich war immer die letzte truhe hier vor den vor den vor den werkzeugkisten vor der werkbank war immer so die truhe wo ich den ganzen krimskrams drin hatte ich muss gar nicht hochzuschlafen da wir trinken schluck mache ich auch so die letzten 20 minuten mein gott ganzen stöcke einsam das finde ich super praktisch statt auch stöcke bei rauskommen das ist immer super hilfreich das gibt einen dann schon ordentlich an ressourcen wieder also dass man nicht so viel holz zu stöckern verarbeiten muss wenn man die ganzen stöcker hier rauskriegt das ist dann schon hilft einem doch schon sehr dass man das holz auch effektiver verwerten kann also dass man mehr von den holz zum bauen verwenden kann als zum stöcker produzieren oder sonst was ist da dann doch schon sehr sinnvoll hübs falsche kiste das gleiche wie vorhin mein gott die können da bleiben die kommen da rein und die kommen da rein grübel grübel und studier was wollte ich jetzt noch machen ich wollte oben weiter bauen das ist richtig das ist richtig habe ich hatte ich jetzt noch die kohle reingepackt oder habe ich die schon raus geholt die habe ich dann noch eingepackt ok irgendwann stirbt da noch ein huhn von weil ich da die ganze zeit irgendwas rein werfen ok so jetzt können wir da oben weiter bauen genug gebrannten stein haben warum das hier unten auszukleiden genau ja ich denke dass ich denke das passt so von der größe her ich denke das ist in ordnung lassen wir so wir schauen einfach mal wie es wird ich habe gesagt eventuell reißen mal wieder was ab oder bauen was neues auf oder sonst was einfach weil sowieso spontan das ist jetzt nichts durchgeplant oder sonst was ist spontan wir gucken wie es aussieht verändern hier machen eine grundstruktur und verändern die bis sie uns gefällt so ein ding ist das so baue ich das ist eigentlich echt am liebsten wenn ich ganz ehrlich bin und okay das ist eigentlich ganz gut zack 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 wobei ich glaube die hier brauche ich dann nicht mal da kann ich glaube ich auch schon holz rein setzen ich denke das ist in ordnung dann werde ich mal ein bisschen rum schaufeln hier wieder und dann brauche ich definitiv gleich noch einiges an steinziegeln das heißt nicht ganz so viel wie für den gesamten turm aber ein bisschen was wird es dann doch noch werden gibts mir mal den sand beziehungsweise den dreck die erde ok hier den hier brauche ich genau so zack 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 so dann bauen wir noch mal ein paar türen ich brauche ich hier ja auch ich mach mal eins zwei eins zwei zwei türen brauche ich hier oben auf jeden fall genau und dann kommen halt hier noch ein paar paar dinger hin zwei türen ich glaube die baut man mittlerweile sowieso immer in dreier stacks richtig also einmal türen sind gleich drei stück wenn ich mich da recht entsinne kann auch sein dass ich mich vertue das war schon ein bisschen her dass ich mich gespielt habe ungefähr eine woche aber wo ich türen das letzte mal gebaut habe ist ein bisschen her ja genau so ein ding war das und steine bräuch nee da 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 das ist an der süd den bräunig also noch nicht die brauche ich definitiv gleich noch so war das sonst noch was nee den Rest mache ich gleich kann ich in meinem inventar so nee kann ich nicht ok muss ich dann später machen wenn ich oben die zinnen gebaut habe dass ich dann gucke wie viel brauche ich hier unten noch um das so ein bisschen abzudecken diese halben steine ihr wisst was ich meine ist die frage kann ich das überhaupt so machen wie ich mir das gerade vorstelle hält das von unten funktioniert das so wie ich mir das vorstelle ich weiß es gar nicht ja das funktioniert so wie ich mir das vorstelle ok cool ich dachte die würden jetzt irgendwie so einen halben da drunter hängen oder sowas das wäre bescheuert aber die sitzen dann quasi direkt auf ok das finde ich gut das finde ich sehr gut sehr löblich dann können wir jetzt erstmal eben kurz die steine oben verballern für den rand auf habe ich mir nicht sicher bin ob ich denn überhaupt mit dir rein haben möchte erstens geht es gerade nicht mal Weil hier nur diese Treppe ist und darauf eine Tür zu bauen, geht wohl scheinbar nicht. Und zweitens, zu häufig irgendwie Türen ständig auf und zu machen, finde ich glaube ich auch etwas nervig. Ich meine, hier die werde ich zum Beispiel jetzt mit Druckplatten versehen, von innen und von außen. Aber trotzdem, ich glaube, das fände ich dann irgendwann zu nervig. Zu viele Türen, Treppen, Türen, ihr wisst schon, was ich meine. Alles mit zu vielen Türen zu bauen, fände ich glaube ich etwas nervig. Aber das ist auch so ein Ding gleich. Die Druckplatten könnten wir gleich noch fix machen. Die Druckplatten können wir gleich noch fix machen. So, so. So, so, so. Machen wir wieder ähnlich wie oben bei dem Turm. So, so, so. Da definitiv einen hin. Ja, hier weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Wie viel haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Perfekt, keine gerade Zahl. Das ist gut, da können wir das nämlich so machen. So, ich glaube, ich glaube, das ist so in Ordnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn ist eine gerade Zahl, das ist schlecht. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack. Sieht auch nicht so schlecht aus. Perfekt. Und hier mache ich es mal bis hier hinzu. Und dann gucke ich mal, wie viel hier noch zwischendrum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ist auch eine gerade Zahl, aber da haben wir ja gerade schon gesehen. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack. Perfekt. Cool. Fackeln haben wir noch. Das ist gut. Können wir hier nämlich noch ein bisschen rumfackeln. Da fackel ich gar nicht lang. Müssten wir gleich mal gucken, nachts, wie gut das hier oben ausgeleuchtet ist. Ich glaube, es wird nicht allzu sehr, also nicht zu gut ausgeleuchtet sein. Befürchte ich jetzt einfach mal so. Das ist mal so ein Bedenken von mir. Da, da, da. Okay, es sind viele Fackeln jetzt hier am Rand, ich weiß. Ich glaube, die hier oben drauf könnte ich mir zum Beispiel auch wegsparen. Die bringen, glaube ich, nicht allzu viel, wenn ich sowieso die beiden an den Seiten habe. Die bringen mir da, glaube ich, nicht allzu viel. Dann machen wir nochmal eben fix die Druckplatten fertig und dann gucken wir uns das mal in der Nacht an, wie das alles hier aussieht. Dann soll es ja wohl dunkel hier noch sein. Dann können wir da aber ein schickes Foto von machen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und dann kümmern wir uns nochmal um so ein bisschen rumgeernte. Knapp elf, äh, neun Minuten haben wir noch, ein bisschen weniger. Aber das ist in Ordnung. Äh, ja, ich habe ja auch eine, eine Werkbank. Ja, stimmt, ich brauche ja nur einiges von den Platten hier. So, ich glaube, das dürfte reichen. Zwei Holzdruckplatten. Ich mache das eben noch fertig, auch hier von unten, dass es von unten nicht mehr ganz so beschissen aussieht. Äh, für den Screenshot wenigstens. Oder mache ich den Screenshot von unten dann, wenn ich komplett fertig bin? Auch mit den, mit den Stützen? Ich glaube, ja. Okay, dann gucken wir gleich nur, wie gut das hier oben ausgeleuchtet ist. Äh, lol, habe ich den Ausgang verpasst? Ja, habe ich. Wow. Ich bin lost. Ich merke das schon. Ey, Mist, ich brauchte vier von den Druckplatten. Oh nein. Das ist ein schönes Bildchen. Das machen wir, das nehmen wir. Ist gekauft. Okay, dann gehen wir gleich schlafen. Machen noch die anderen beiden Druckplatten. Und die Platten von unten dran. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um die Stützen von dem Balkon. Ich würde sagen, in den drei Folgen ging es echt gut voran, was Bauen anging. Besser als sonst. Ansonsten waren wir ja viel am Andesit-Farm. Aber davon haben wir jetzt im Moment. Ja, genug will ich nicht sagen. Beim nächsten größeren Projekt, wo ich jetzt Boden-Andesit drin haben möchte, wird der uns wahrscheinlich wieder ausgehen. Ich kenne uns. Aber die Ausleuchte scheint doch gut genug zu sein. Die scheint doch gut genug zu sein. Und wie sieht es jetzt von außen hier mit dem Turm aus, wenn der so ein bisschen auch ausgeleuchtet ist? Na doch. Doch, hat was. Gefällt mir. Tut mir gefallen. Wir gehen schlafen. Wir trinken was. Und dann Endspurt. Ihr wisst Bescheid. Erstmal was trinken. So. Druckplatten. Zwei Stück. Völlig vergessen. Ich brauche ja vier für zwei Türen. Da. Eins, zwei. Eigentlich mega die Materialverschwendung. Aber es ist okay. Dann brauche ich schon mal hier eben die Erde. Die kommt dann da hin. Und diese Platten, die kommen dann hier hin. Ich hoffe, die 36 reichen für hier unten drunter. Aber ich glaube wohl. Dürfte eigentlich wohl ganz gut sich ausgehen, denke ich. So, so. Nee. Nee. Nee, das passt nicht. Ich brauche noch mehr von den Platten. Ich brauche noch ein paar mehr von den Platten. Aber wie viele brauche ich noch? Eins, zwei, drei, vier. Ein paar. Eins, zwei, drei, vier. Ein paar. Ich mache lieber zu viel als zu wenig. Das sind alles nur Materialien. Die brauchen wir immer wieder mal. So, damit sollten wir jetzt aber auskommen. Komme ich da an der Seite? Nee, komme ich nicht mit Klettern dran, oder? Doch, komme ich wohl. Nee, das ist uncool. Da sollte ja nämlich nöt hin. Perfekt. Coole Sache. Erde. Erde. Zack, zack, zack. So. Haben wir das. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Hui. So. Machen wir hier mal den Kackstift weg. Und dann geht es immer nach oben, eben die zwei Druckplatten setzen. Und dann habe ich eigentlich auch keine Zeit mehr, großartig zu ernten. Super. Machen wir das auch beim nächsten Mal. Was soll's. Was soll's. Machen wir das alles beim nächsten Mal. Was ich heute vermisst habe in dieser Aufnahme, ist der Regen. Wir haben keinen einzigen Tag Regen gehabt. Der Regen lässt einfach nach, ne? Also, der hat auch keinen Bock mehr auf uns. Da denkt sie ja jedes Mal dasselbe mit dem. Okay. Gefällt mir aber an sich. An sich bin ich sehr zufrieden damit. Ähm. Ja. Was kauern die Kühe da hinten eigentlich schon wieder rum? Was ist denn los mit denen? Irgendwie stimmt doch irgendwas nicht mit denen. Die sind doch ganz komisch unterwegs da. Ähm. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen angeln, denke ich. Und dann werden wir die Folge beenden. Also bauen lohnt sich nichts mehr großartig anzufangen. Und für zwei Minuten jetzt noch irgendwas, äh. Dazu farmen macht auch wenig Sinn. Also können wir eigentlich mal besser die Angel rausholen und ein bisschen. Ein bisschen die Route schwingen. Klingt auch komisch. Aber, das muss so. Halt gar kein Reparaturköder. Glück des Meeres. Ja, das ist hier meine Favoritangel, glaube ich, ne? Reparatur, genau. Genau so ein Ding war das. Hm. Genau. Schwingen wir nochmal für zwei Minuten die Angel. Anderthalb Minuten nur noch. Ihr wisst Bescheid. Ich habe sowieso nicht so viel Zeit. Also großartig überziehen ist heute nicht drin. Und dann schauen wir lieber mal, was wir so schönes fangen können noch. Oder auch nicht. Da merkt man nicht so viel von dem Köder. Ah, da kommt auch was. Level 31 haben wir auch erreicht. Super. Gefällt mir. Das gefällt mir. Und meine Nase war heute gar nicht so viel am Laufen. Ich bin sehr... Ein Seerosenblatt? Okay. Ich bin sehr fasziniert. Also heute die Aufnahme ist sehr, sehr genial gelaufen. Auch wenn ich kein Thema hatte und einfach nur irgendeinen Schwachsinn gelabert habe. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Eine neue Angel. Nice. Lass mich raten. Glück des Mieres 3. Oh. Erhaltbarkeit ist völlig irrelevant. Köder 3 und Reparatur 1. Fluch des Verschwindens. Da ist er drauf. Fluch des Verschwindens 1. Gibt es da auch eine höhere Stufe? Naja. Wie dem auch sein. Ähm. Diese Angel. Werden wir dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr ausprobieren. Ich gehe mal zurück ins Haus. Wo ich dann meine Abmaut mache. Ich meine die Sonne steht noch hoch. Das heißt. Ich werde jetzt noch nicht schlafen gehen. Ich werde auch nicht warten bis ich schlafen gehen kann. Ich würde dann einfach sagen. Wir sehen uns hier das nächste Mal wieder. Seid mir nicht böse wenn diese Woche wirklich nur Minecraft kommt. Weil ich habe es echt nicht geschafft. Ich hoffe. Dass ab Montag. Also wenn ich Montag aufnehme. Sprich ab nächste Woche. Normalität hier ein bisschen einkehrt. Ich hoffe es. Ich habe die Thumbnails auch noch nicht nacharbeiten können. Ich hoffe da komme ich jetzt auch noch zu. Seid mir echt nicht böse. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns an der Stelle das nächste Mal wieder. Kommentare schreiben nicht vergessen. Wenn ihr möchtet. Dass ich irgendwas für euch baue. Oder irgendein Thema bespreche. Schreibt es gerne rein. Seid aber darauf gefasst. Dass euer Kommentar eingeblendet wird. Und wenn ich irgendwas für euch baue. Das Gebäude euren Namen kriegt. Ja. Ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen. Videobeschreibung abchecken. Alle Links. Das Livestream und so weiter. Wird bald sehr relevant werden. Und dann Video bewerten. Und bis dahin viel Spaß mit den Videos. Euer Nekotube. Cheerio.